Jo Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen. Heute, Freunde, möchte ich euch zeigen, LEGO Dimensions 2.0, LEGO Dimensions 2 ist es eigentlich nicht, weil es wird, die ist ja kein neues LEGO Dimensions geben, nein, Freunde, es wird 16 Erweiterungen geben, also 16 neue, beziehungsweise eine ältere Marke, die schon da war, kommt jetzt wieder, Freunde, ja, sehr, sehr cool. Gestern kam von Warner, wurde von Warner der Trailer zu den neuen, zu einigen neuen Marken, Figuren, ja, rausgebracht von der E3, wirklich richtig, richtig geile Sache, da sind richtig geile Dinger bei, Freunde, ich habe zufälligerweise den Trailer hier am Start und dazu noch hier ein paar Informationen für euch, die ich euch heute mal nahe bringen möchte, ja, Freunde, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Trailer an und schauen uns mal, was wir dort überhaupt sehen, ja, also, ich habe ihn jetzt bestimmt schon 20 Mal gesehen, weil ich einfach geflasht bin, was da für geile Sachen rauskommen, ja, ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, ja, jetzt genau aufpassen. Ja, Freunde, was sehen wir da zum Beispiel, da sehen wir jetzt auf jeden Fall, ähm, Ghostbusters, ja, das ist das, was ich meinte mit einmal wiederkehrend, ähm, Ghostbusters gab es ja schon von den älteren Filmen, es wird ja ein neuer Film kommen mit, ähm, Frauen, ja, Frauen als Geisterjäger und, ähm, dort wird auch diese, Abby Jades heißt die, glaube ich, ähm, Abby, 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 Abby Jades, ja, ich glaube, ja, wird gespielt, ähm, das ist sie hier, also die Linke jetzt, und, ähm, die wird ja gespielt von Melissa McCarthy, die, ähm, einige bestimmt aus verschiedenen Filmen kennen, ich persönlich habe es das erste Mal bei Michael Molle gesehen, ich glaube, das war auch ihr erster richtig großer Auftritt, denke ich mal, und, ähm, ja, sie spielt ja so gesehen die Hauptfigur in dem Film, und, ähm, die wird auch als Figur, die hier dann herauskommen. So, Freunde, es geht Schlag auf Schlag weiter, denn, Freunde, hier sehen wir Harry Potter, ja, Freunde, ich habe mir Harry Potter gewünscht, muss ich sagen, ja, und Harry Potter wird tatsächlich kommen, Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ihr seht, Freunde, Harry Potter wird kommen, leider nicht als Levelpack, naja, Freunde, leider nicht als Levelpack, sondern nur ein normales Teampack, und zwar zusammen mit diesem Charakter, mit dieser Figur, den ihr jetzt gleich sehen werdet, hier fahren wir erstmal durch die Einkaufsstraße, nämlich im Teampack mit Lord Voldemort, so sieht es irgendwie aus, sehr gut. So, was sehen wir hier, Freunde, ihr seht schon, das ist Ethan Hunt, und zwar von Mission Impossible, Tom Cruise darf natürlich hier auch nicht fehlen, ähm, von Mission Impossible wird ein, ähm, Levelpack rauskommen, das heißt, dort wird nochmal eine extra Welt erscheinen. Was sehen wir da links, Freunde, was sehen wir da links, E.T., der Außerirdische, wird auch etwas zukommen, in diesem Jahr wohl nicht mehr, aber ich denke mal, im nächsten Jahr dann so, ähm, Anfang vielleicht, Mitte nächsten Jahres, wird dann, ähm, E.T. erscheinen, ich weiß es natürlich nicht, es wird dieses Jahr, denke ich mal, noch zwei Wellen erscheinen, also die erste Welle, die ersten neuen Erweiterungen kommen am 29. September, ja, welche das sind, habe ich hier auch schon stehen, aber wir schauen uns jetzt erstmal weiter den Trailer an, dann, ähm, werde ich gleich noch was dazu sagen. So, Freunde, das, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein, ähm, ein Goonie, ja, der ist, der ist aus dem Film Die Goonies, ja, habe ich persönlich nicht gesehen, scheint aber ein Klassiker zu sein, ja, ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen müssen, weil, ähm, da sind einige Filme, einige Serien jetzt bei, die da kommen, ähm, die ich nicht so gut kenne, muss ich sagen, ja, wir werden auf jeden Fall mal schauen. Ja, Freunde, das kennen die meisten bestimmt, ich persönlich kenne es nicht, muss ich sagen, ja, ähm, ich habe es schon mal gesehen, ähm, da gab es auch mal eine Demo auf der PS4 zu, ähm, das ist von Adventure Time, ähm, wie gesagt, ich habe es persönlich noch nicht gesehen, ja, viele da draußen kennen es bestimmt von euch, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall vorher mal reinziehen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, muss ich sagen, bewaltigere Kämpfe, werde ich auch noch gleich was zu sagen, denn es wird so Kampfarenen kommen, äh, geben, werden kommen, ja, Freunde, Mr. T darf natürlich auch nicht fehlen, ja, Mr. T, Freunde, aus dem A-Team wird als einziger, ähm, Charakter, oder als einzige Figur aus dem A-Team als normales Funpack erscheinen. Game over, who? Oh no, water! Ja, da sehen wir alle aufeinander zu rennen, wen sehen wir da? Da sehen wir einen Gremlin, da sehen wir Dr. Who, da sehen wir dann die, ähm, Abby, dann sehen wir Harley Quinn, Scooby, Slimer, Mr. T, da hinten ist der, ähm, von, äh, von Back to the Future, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, da sehen wir die Hexe von Oz, da sehen wir den Goonie, den Lord Voldemort, ja, geht auf jeden Fall klar, muss ich sagen, ja, das, ähm, Freunde, ist ein, ähm, ein fantastisches Tierwesen, ihr seht, ihr lest das jetzt gerade da unten, und zwar, ähm, ist das zu dem neuen Film, der erst im November erscheinen wird, und zwar fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das ist ein Film, ich glaube, ähm, das war damals auch ein Buch gewesen, ähm, geschrieben von J.K. Rowling, ja, die auch die Harry Potter Bücher geschrieben hat, und, äh, der wurde jetzt, ähm, anscheinend verfilmt, wird im November erscheinen, und dazu wird dann auch etwas zu Lego Dimensions kommen, und ich denke einfach mal, dass, ähm, ja, dass dort, ähm, dann auch so um den Dreh November, das ein oder andere Pack dazu kommen wird. Sonic, Freunde, Sonic the Hedgehog wird auch, ähm, kommen, ja, sehr, sehr cool, freue ich mich tierisch, ich hoffe, dass da auch ein Levelpack kommen wird, ja, weil, ähm, da kann man auf jeden Fall was rausziehen, muss ich sagen, sehr, sehr cool, ne, geile Anspielung, ja, mit dem Ring, ja, weil der Sonic sammelt in dem Spiel ja auch die goldenen Ringe, ja, das ist wirklich sehr, sehr cool, jetzt haue ich hier schon fast vor Freude mein, ähm, ja, hier mein, mein iPad drunter hier, wo ich alles, ähm, mir notiert habe. Ja, Freunde, jetzt nochmal eben schnell zu ein paar Informationen für euch, und zwar, also, ähm, es wird kein neues Starterpack geben, ja, es wird alles auf dem anderen, auf den alten Starterpack weiter aufgebaut, das heißt, ihr braucht kein neues Toypad, sonst irgendwas, für die Leute, die jetzt, für die jetzt die ein oder andere Marke dabei sind, ja, ab und zu sind jetzt ja mal Angebote zum, ähm, zum Starterpack, ja, dann holt euch das auf jeden Fall jetzt, ja, muss ich wirklich so sagen, mir das ist, ähm, ähm, es wird 16 Erweiterungspacks geben, heißt 16, ähm, weitere Marken, um die ganze Sache, ähm, zu erweitern, ähm, und erscheint ab dem 29. September. In Welle 1, Freunde, wird Ghostbusters erscheinen, dazu habe ich auch Bilder, die ich euch natürlich jetzt einblende, ich muss mir die einmal kurz eben hier auch mal eben kurz einblenden, hier, ähm, genau, da habe ich es, ja, so, wir fangen an mit Ghostbusters, Freunde, und, ähm, da wird das erste Mal ein Storypack kommen, ja, Freunde, ihr seht schon, die Verpackung ist viel größer und, ähm, dort wird die Abbey Jades sein, dort wird, ähm, die, die, die Ecto-One sein, ne, haben wir ja schon, ähm, durch das alte Levelpack, aber wird halt eine neue Ecto-One geben und es wird, äh, ähm, Moment, 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 wo steht das denn jetzt? So, ich habe es gefunden, Freunde, und zwar, ähm, ähm, schaltet das, ähm, also, es steht hier, das Ghostbusters Storypack basiert auf den in Kürze anlaufenden Kinofilm und hat eine vollständige auf dem Film basierende Spielererfahrung im Gepäck, zu der sechs mit Rätseln gespickte Level ebenso gehören wie neue Lego-Getaway-Steine, mit denen die Spieler zu's China-Restaurant auf dem Lego-Toy-Bett errichten können, und das ist das, was ich eigentlich meinte, Freunde, dort seht ihr nämlich im Hintergrund, ähm, ja, das ist nämlich, ähm, eine neue aufbaubare Erweiterung für euer Toypad, für euer Portal. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen, ja, geht auf jeden Fall, ähm, klar in meinen Augen. Ähm, es ist auch so, Freunde, dass, ähm, das Pack schaltet Whip-frei, einen neuen Toypad-Modus, durch den die Spieler einen Riss zu einem alternativen Universum öffnen können. In dieser Spiegelwelt können die Spieler rätsellösen Objekte sowie andere Gegenstände im Primäruniversum beeinflussen, und wie alle Gold-Tech-Minifiguren bittet Abby Jades Zugang zu einer neuen, themenbasierten Abenteuerwelt mit einer eigenen Kampf-Arena. Das sind nämlich, und ihr seht's jetzt, Freunde, die sind so Gold, ja, wo die jetzt draufstehen, und, ähm, schaltet dann wieder eine Abenteuerwelt frei. Ich hoffe, dass es dann wieder so eine Art Open-World ist, wie wir es schon kennen, ja. Und, ähm, eine Kampf-Arena schaltet das auch frei, das ist nämlich das, was ich euch sagen wollte, ähm, Es wird nämlich so sein, brandneue Kampf-Arenen bieten erstmals in einem Lego-Videospiel-Wettbewerbe, die lokal, das heißt nicht Multiplayer, sondern zu Hause, ja, im geteilten Bild mit bis zu vier Spielern ausgetragen werden. Lego-Minifiguren in den Erweiterungspacks der Wellen 6 bis 9 haben besondere goldene Toy-Tags, die eine Kampf-Arena in der Free-Play-Abenteuerwelt ihrer jeweiligen Entertainment-Marke freischalten. Jede Arena bietet vier verschiedene Spiel-Modi und hat ihre eigenen Fallen, besondere Kräfte und interaktive Umgebungen, die jede von ihnen einzigartig macht. Ja, das heißt, ähm, ihr könnt dann untereinander mit bis zu vier Spielern, mit Freunden, Familie, etc. Ähm, kämpfen durch die, ähm, freischaltbaren Kampf-Arenen, die dann auch basiert auf der Marke sind, in dem Fall jetzt Ghostbusters oder da Mission Impossible oder, ähm, A-Team oder, 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 ihr wisst, was ich meine. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und natürlich, Freunde, ihr könnt alle anderen Figuren, die ihr jetzt zum ersten Teil gekauft habt, Welle 1 bis 5, ja, ob es jetzt Batman ist, ob es jetzt Doctor Who ist, ob es jetzt, ähm, keine Ahnung, was fällt mir da jetzt ein, Lego Ninjago ist, ist ganz egal, Freunde, ja, könnt ihr alles weiterhin benutzen. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. So, hier sehen wir das auch nochmal vernünftig aufgebaut. So, Freunde, dann, ähm, wird es dazu geben, in Welle 1 Ghostbusters Storypack haben wir Adventure Time. Ja, Freunde, das ist nämlich das hier. Einmal als Levelpack, ja, Freunde, mit Flynn, The Human und einmal mit diesem Jake-Mobil und Ascent War Elephant. Okay, wie gesagt, Freunde, ich kenne die, ähm, Serie nicht. Nicht, ja, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, deswegen kann ich euch da nicht sehr viel zu sagen. Dazu wird es aber auch noch ein Teampack geben mit Jake, The Dog, Lumpy Space Princess, dem Lumpy Car und dem BMO. Ja, ähm, auf den Hund freue ich mich auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus, ja, Freunde, und ihr seht, unten auch alles Gold natürlich gemacht. Finde ich sehr geil mit dem Gold. Und, ähm, dort kann man dann halt auch wieder verschiedene, äh, Abenteuerwelten und Kampfarenen freischalten. Ja, hier sehen wir das Ganze noch einmal dann als Teampacks etc. pp. So, Freunde, dann kommt ein Mission Impossible Levelpack raus. Das haben wir hier, genau, da ist das Mission Impossible Pack mit Even, ähm, mit Even Hunt, mit dem IMF Sportcar und mit dem IMF Scrambler. Das heißt, es wird zwei Fahrzeuge dazu geben, einmal ein Motorrad, einmal ein Auto. Ähm, ja, okay, müssen wir auf jeden Fall abwarten, inwiefern wir die, ähm, dort, ähm, dann gebrauchen können. Aber ich denke mal, Warner wird sich das ein oder andere schon auf jeden Fall dazu gedacht haben. Ähm, dann natürlich, Freunde, Harry Potter wird auch am Anfang, rauskommen. Ja, sehr, sehr cool als Teampack direkt, ähm, mit dem Entshaded Car, mit dem fliegenden Auto. Hier ist Harry Potter natürlich, hier ist Lord Voldemort und mit dem Hogwarts Express, also mit dem Zug. Was ich sehr, sehr cool finde, aber wieder zwei Autos. Gut, das eine kann jetzt fliegen, ist in Ordnung. Das andere ist halt ein Zug, was dann, ähm, ja, so fährt. Vielleicht hätte man, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte man, ähm, diesen Greif. Wisst ihr noch, diesen Greif, Freunde? Ja, vielleicht hätte man den, ähm, dann lieber machen sollen. Wer weiß, Freunde, ist egal. Es wird auf jeden Fall so kommen, wie es hier steht. Und dann wird da noch zukommen, nämlich, ähm, der B.A. Beckeres alias Mr. Team mit dem B.A., also mit B.A. Span, ja, vom A-Team. Ein Funpack wird erscheinen und, ähm, ich glaube, das wird der einzige aus dem A-Team sein. Ob es genauso ist, das weiß ich natürlich nicht, das wird sich hinterher noch zeigen, weil das sind erstmal jetzt die Anfänge, die gezeigt wurden. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen, ja. So, Freunde, was habe ich noch für euch? Genau, ihr wollt jetzt bestimmt noch wissen, was kommen noch für Marken raus? Die habe ich hier alle sogar stehen, Freunde. Also, es wird im Laufe des Jahres kommen. The Lego Batman Movie heißt dazu wird etwas kommen. Lego City Undercover, ja, wird kommen. Dann, ähm, waren wir natürlich fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Habt ihr gerade schon im Intro gesehen. Oder im, ähm, im, im, im Trailer, im Trailer. Dann die Goonies haben wir gesehen, Gremlins haben wir gesehen, Teen Titans Go wird kommen. Knight Rider, natürlich David Tessler, Freunde, lässt sich das nicht nehmen, ja. Ähm, Powerpuff Girls, ja, Freunde, Powerpuff Girls hoffe ich natürlich auch auf ein Levelpack mit Blossom, Buttercup, Bubbles und irgendwie hoffe ich, dass Mojo Jojo kommt. Ja, ich weiß nicht, warum ich mag den kleinen Affen, muss ich sagen. Ähm, Beetle Juicy, für die Leute, die es nicht kennen, einfach mal googeln, die ganzen Sachen. Äh, Beetlejuice ist eine Horror-Komödie, ich glaube aus den 80ern müsste es gewesen sein. Wenn ihr, ähm, die Figur seht, die Hauptfigur, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Die Älteren unter uns wissen es auf jeden Fall. Ähm, E.T. haben wir gesehen und Sonic the Hedgehog, äh, Hedgehog, ja, wird auf jeden Fall, ähm, auch kommen. Ja, Freunde, wird auf jeden Fall abgehen, muss ich sagen. Einige geile Sachen hier am Start, geht auf jeden Fall mehr als klar. Wie viel haben wir denn jetzt? Pass mal auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ja, 16 Stück sind, ähm, schon, ähm, veröffentlicht, schon angekündigt und, ähm, mehr wird es dann dir jetzt ja auch nicht geben. Ähm, die Hauptstory, Freunde, ist nämlich so, dass, ähm, Storypacks erweitern die Geschichte des Starterpacks durch zusätzliches Gameplay. In der Handlung des Spiels hat der böse Lord Vortex Teile seiner Kräfte über das Lego-Multiversum verstreut. Während die Spieler sich ihren Weg durch die Storypack-Level bahnen, können sie Schlüsselsteine finden und Lord Vortex Kräfte im brandneuen Toypad-Modi gegen ihn verwenden. Ja, also, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie, ähm, Warner sich das vorstellt, ob man da wirklich, ähm, immer so einen neuen Abschnitt zu, äh, zu der Hauptstory freischaltet, wenn man diese, ähm, Charaktere draufstellt. Ich bin sehr gespannt, Freunde, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, das Ganze wird erscheinen wieder für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U. Heißt, ist alles kompatibel damit. Ja, egal, ob ihr jetzt, ähm, da oder da oder da habt, ne, äh, alle Figuren sind für alles kompatibel. Ja, Freunde, ich freue mich tierisch drauf, ähm, vier Tage nach meinem Geburtstag kommt das raus, finde ich sehr, sehr gut, ja, kommt sogar noch vor Skylanders raus, ähm, finde ich auch in Ordnung, muss ich sagen, ja, ähm, das erste Mal werde ich es dann wahrscheinlich dann auf der Gamescom sehen, ist ja bald die Gamescom im August, Freunde, ja, noch knapp zwei Monate. Geht auf jeden Fall klar, Freunde, geht auf jeden Fall klar. Gut, Freunde, das war's, ich bin raus, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Daumen nach oben, ob es euch gefallen hat, Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache, was ihr von den ganzen neuen Erweiterungen haltet und, ähm, was hättet ihr euch noch gewünscht, was findet ihr überflüssig und so weiter und so fort. In dem Sinne, vielen Dank, haut rein, habt noch einen schönen Tag und Peace! 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 Peace!